Unglaublich aber wahr, es gibt immer wieder Leute, die Comics auch lesen. Ihr zum Beispiel. Und da! Begeisterte Comic-Leser. Wir haben alle was gezeichnet gekriegt. Das ist von meinem Freund aber. Bitte? Das ist von meinem Freund, der kennt den persönlich. Ich glaube schon ein Interview mit ihm gemacht. Ah ja. Ja, der macht sowas, wenn man veranstaltet hat. Also ihr empfehlt diesen Titel hier? Ja, ich empfehle den Zeichner, der ist absolut sympathisch, nett und... Da sind aber drei Zeichner drin. Den mag ich jetzt. Den mag ich ganz besser. Den da? Ja. Das ist aber nicht der Römmling. Das ist sein Unterschrift. Ist er das? Ja, das ist sein Unterschrift. Hat er nicht nur das Cover für das exklusive in Erlangen zu habende Dust-Jacket gemacht? Der macht ganz viel, der arbeitet ja auch mit Aspik zusammen. Super, was du alles weißt, das ist ja fantastisch. Ja, nicht wahr. Wenn man sich so interessiert. Sie ist Vieh-Wikipedia. Sie ist Vieh-Pedia. Sie ist die Comic-Pedia. Ja, genau. Aber nicht nur Comics, fast alles, was er... Alles! So dunkle, roffy, Comic, fast alles. Sie ist ein wahres Lexikon. Während der Replikation der Gudrunai erschien er als... Weiß nicht, hier, die haben gut auf alles. Alles klar! Dankeschön, viel Spaß noch! Continuiert! Nachschät, promotor Du Seiz! Töunische Musik Vielen Dank.